Obwohl der Joint schon zugedreht war, fällt der Filter aus dem Paper Zugerollt und dachte geht klar, zu festgeklopft, jetzt fehlt der Filter Wie krieg ich den wieder ins Paper? Kein Plan, nicht mal ein Physiker versteht das Wie krieg ich den wieder ins Paper? Ich bin doch kein Mathematiker, manchmal fällt der Filter raus Wenn ich mir ein paar aus dem Paper, dann fällt der Filter raus Dann muss ich nochmal bauen